In dieser Ask the Punk Show geht es um Bitcoin Mining, es geht um den Fall, wenn der Roboter Kunde wird und es geht um die zukünftige Investment Punk University. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann im kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Mehmet fragt Hey Gerald, was hältst du von sogenannten Bitcoin Mining Pools? Ist nach meinem Wissensstand eigentlich eine Vertriebsstruktur? Also Mehmet, Bitcoin Mining oder Mining von Kryptowährungen kann grundsätzlich noch ein Geschäft sein, wobei es sehr stark auf das Klima ankommt und den Strompreis und beispielsweise insbesondere in großen Städten ist der Strompreis zu hoch und in Österreich oder Deutschland ist der Strompreis generell auch relativ hoch, kommt aber auch darauf an wo. Beispielsweise in Island oder in Skandinavien ist der Strompreis günstiger und natürlich auch, du hast ein kälteres Wetter, was das Problem der Abwärme, die diese Serverfarmen erzeugen, natürlich deutlich reduziert. Und es gibt mehrere Möglichkeiten des Minings. Die eine Möglichkeit ist, dass du dir selbst eine eigene Miene baust. Wenn du technisches, gutes Verständnis hast, hast du hier natürlich den meisten Profit, weil du nicht die wenigsten Leute hast, die du für gewisse Dinge bezahlen musst und daher die höchste Profitmarge hast. In Kontinentaleuropa rechnet sich beispielsweise Bitcoin Mining nicht mehr. Ethereum oder Dash Mining kann sich unter Umständen noch rechnen. Bei anderen Kryptowährungen muss es sich ausrechnen, aber es gibt durchaus noch Kryptowährungen, wo sich das Mining rechnen kann. Die andere Möglichkeit ist, dass du Mining Operations entsprechend anmietest. Das heißt, dass du eine größere Firma, die den Server zum Miner, die Grafikkarte und alles zur Verfügung stellt und die Serverfarm und du dafür eine sogenannte Miete bezahlst, mit der sie einen Teil ihrer Fixkosten decken und dann de facto das Mining auf eigenes Risiko durchführst. Und je nachdem, wie der Kurs der Kryptowährung, die du meinst, sich entwickelt, ist das Mining ein Geschäft oder auch nicht. Da hast du de facto das Risiko des Marktes, während du ihm dann eine Miete bezahlst. Aber solche Dinge sind auch keine klassischen Vertriebsstrukturen. Natürlich haben auch die großen Mining Operator, die solche Mining Flächen vermieten oder solche Minen vermieten, die auch irgendeine Vertriebsstruktur, aber da ist ja in der Regel kaum ein Mittelsmann dabei. Da bist du einfach Mieter eines großen Unternehmens, die ihm die Infrastruktur zur Verfügung stellt, die du anmietest. Dafür bezahlst du und dann hast du einen entsprechenden Ertrag. Du musst halt schauen, ob das ein Geschäft ist oder keines. Der größte dieser fertigen Anbieter ist beispielsweise Genesis. Die dritte Sache mit Mining ist aber, dass es wahnsinnig viele Anbieter gibt, die da Multilevel Marketing Modell und alles mögliche machen. Und die sind generell unseriös. Weil es ist ganz klar, in einer Multilevel Marketing Struktur gehen auf 15, 20, 25, 30 bis zu 50% deines Geldes in den Vertrieb, damit die Vertriebsorganisationen große Events machen, die Platinum und Diamond Mitglieder nach Miami fliegen oder nach Dubai oder sonst irgendwo. Das heißt, bei diesen Dingen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als Miner Geld verdienst, sehr, sehr gering. Weil genau das sind meistens die Abzockmodelle, wo ein paar Leute, die das ganze Beginn, natürlich gutes Geld verdienen. Und am Ende, manche sind Pyramidenspiele, wo de facto mit dem Geld, was eingenommen wird, die alten Anleger ausgezahlt werden. Das ist schwerst illegal. Manche anderen Dinge sind de facto halt nur sehr ethisch fragwürdig, weil sie de facto sehr große Teile des Geldes, was sie einsammeln, um eben dieses Mining zu betreiben, in ihre Vertriebsstruktur stecken. Und ich kann jedem nur davon zu raten, hier, lass bitte die Hände davon. Weil das ist am Ende Geld verbrennen, weil je mehr Mittelsmänner es gibt und je mehr Leute die Hand dazwischen aufhalten, desto weniger Ertrag machst du. Wenn du das machen willst, machst du es entweder ganz selbst, wenn du technisch die Fähigkeiten hast, oder geh zu einem der großen Mining-Anbieter, die es weltweit gibt und dort kann man sich online anmelden und direkt beim Anbieter diese Miete bezahlen und dann bekommt man, wenn man es gut macht und richtig plant und das Pricing richtig erwischt und die Währung richtig erwischt, das heißt, dass die Kryptowährung einen entsprechenden Wert hat, kannst du da auch einen entsprechenden Ertrag haben. Peter fragt. Hallo Herr Höhan, ich habe eine ehrlich, ernst gemeinte, makroökonomische Frage und wäre gespannt auf eine Ask the Punk-Antwort. Werden Unternehmen zukünftig ihre Produkte und Dienstleistungen an Roboter und Algorithmen verkaufen, um weiterhin Gewinne zu erzielen, trotz einkommensloser Mittelschicht? Bitte verstehen Sie diese Frage nicht als Scherz, sondern mich interessiert die Geldschöpfungskette in 10 bis 20 Jahren, wenn hunderte Millionen Arbeitereinkommen wegfallen und der Staat kein Geld für Grundeinkommen hat. Danke für deine Sichtweise. Mit freundlichen Grüßen, Peter. Peter, eine richtig provokante Frage, die mir gefällt. Nummer 1 glaube ich tatsächlich, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren Turbulenzen am Arbeitsmarkt gibt, aber nicht, weil de facto es plötzlich nicht mehr so viele Leute in der Arbeit gebraucht werden, sondern weil die Leute die falschen Fähigkeiten haben. In der klassischen Old Economy Skills, die automatisiert werden, werden viele Menschen arbeitslos, werden in der digitalen Welt Menschen mit digitalen Fähigkeiten gibt es weiterhin zu wenig. Das ist eine große Nachfrage. Und die Umschulung der Bevölkerung von Old Economy auf New Economy ist eine unserer größten Herausforderungen, die die meisten Staaten und auch gesellschaftliche Institutionen strechfähigst vernachlässigen. Unser Bildungssystem ist im vorigen Jahrhundert oder sogar teilweise im vorvorigen Jahrhundert stecken geblieben und bereitet die Menschen gar nicht auf den Arbeitsmarkt vor, konditioniert sie teilweise sogar negativ. Die Frage, ob einmal Roboter oder Maschinen tatsächlich Kunden werden von Unternehmen, ist vielleicht wirklich interessant, aber es kann natürlich durchaus sein. Nehmen wir mal ein simples Beispiel. In 5 oder 10 Jahren ist ein Tesla, fährt beispielsweise selbst, das heißt ein selbstfahrendes Auto. Und man könnte sogar eine Firma abbilden, die einer Stiftung gehört, die irgendeinen Zweck erfüllt, wo die dann den Tesla besitzt und wo das Geschäftsmodell auf der Blockchain abgebildet ist und wo der Tesla dann auf Basis dessen die entsprechenden Entscheidungen trifft oder das Unternehmen ganz automatisiert. Und dann wäre natürlich der Tesla oder das Unternehmen, dem der Tesla gehört, bereits automatisiert Kunde von Ladestationen, also von Stromtankstellen oder von Tesla-Reparaturwerkstätten oder von Reinigungsfirmen, die das Auto entsprechend reinigen. und das würde dann ganz automatisch verlaufen. Eigentlich passiert das schon heute so, zumindest in Teilbereichen, also wenn man da heute schafft, automatisierte Tradingprogramme, entscheiden ja automatisch, was sie kaufen und sind de facto dann natürlich auch Kunde, der Broker, ohne dass da jetzt ein Mensch noch sehr viel eingreift. Das heißt natürlich, der Mensch designt natürlich noch in irgendeiner Weise den Algorithmus oder das System, nachdem dann die Maschine ihre Einkäufe tätigt, in dem Fall beim Stocktrading oder beim Speedtrading, de facto nach welchen Algorithmen die Computer handeln oder beim selbstfahrenden Auto, nach welchen Kriterien wann der Tesla eben Strom einkauft oder Reinigung einkauft oder Reparaturdienstleistungen einkauft. Aber faktisch ist es natürlich so, dass dann die Maschine bereits die Dienstleistungen erwirbt. Und natürlich ist es auch eine gewissermaßen philosophische Frage, weil wenn jetzt ein Computer oder ein Roboter tatsächlich immer mehr auch den Menschen ähnelt, muss natürlich auch in irgendeiner Weise gewartet werden oder versorgt werden oder verbessert werden oder abgedatet werden. Das wird auch Geld kosten. Und dann ist halt die Frage, ob er dann vielleicht schon selbstständig die Entscheidung trifft, zu sagen, ich muss gereinigt werden. Und dann war wirklich eine Reinigungskraft oder jemand, der die Gelenke ölt oder was auch immer, beauftragt, das durchzuführen. Und auf diese Art und Weise de facto schon Roboter auch Kunden werden können. Aber natürlich am Ende gehört der Roboter noch immer einer Institution und wird auch programmiert von einem Menschen. Das heißt, ganz aus der Equation ist der Mensch noch nicht herauszudenken. Hallo Goloch, danke für deine Frage. Wir sind jetzt mal dabei, akademische Programme im ersten Schritt gemeinsam mit einer Partneruniversität zu machen und zwar mit dem MCI Management Center in Innsbruck, einer der führenden Hochschulen in Österreich. Und hier bieten wir digitale Programme und online Studiengänge, berufsbegleitende Studiengänge zu den Themen digitale Ökonomie in Form eines MBAs oder MSCs, also Master of Science mit 90 ECTS-Kredits. Das ist nochmal der erste Schritt, wo wir auch in den akademischen Bereich gehen. Und im zweiten Schritt werden wir dann unsere eigene Universität gründen. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit wird auf mehreren Dingen beruhen. Der erste ist erstmal die Lehrinhalte, also dass man entsprechende Fächer lehrt, die am Arbeitsmarkt gebraucht werden. Und nicht nur pure Theorie oder Dinge, die man vor 10 oder 20 Jahren gebraucht hat, die heute bereits obsolet sind. Das zweite Thema, was wichtig ist, ist natürlich, wer lehrt das Ganze. Lehren es Leute aus der Praxis? Lehren es Leute, die es verstehen? Oder Lehren es Professoren? Für Marketing, die beispielsweise keine Ahnung von Online-Marketing haben. Oder Lehren vielleicht Data Science, irgendwelche Statistiker, die das noch nie in der Praxis angewandt haben. Und der dritte wesentlichste Punkt ist natürlich, wie erfolgreich sind die Absolventen dann am Arbeitsmarkt oder als Unternehmer? Das wird am Ende der entscheidende Knackpunkt sein, wie erfolgreich die Universität wird. Wenn die Absolventen, die wir ja auch immer sehr sorgfältig auswählen müssen, damit eben sowohl die Studienerfahrung attraktiv ist, damit sich die Studenten untereinander pushen und herausfordern können, dass da keine Dachennierer, keine Trotteln, keine Faulpälze drinnen sind, ist eigentlich das Essentielle danach. Wie erfolgreich können die Menschen das umsetzen? Und wenn sie tatsächlich dann mehr Gehalt kriegen, eine bessere Karriere haben oder als Unternehmer sehr erfolgreich sind, dann wird auch die Hochschule, die die Studenten hervorgebracht hat, einen entsprechend guten Rumpf genießen. Das ist sicherlich eine herausfordernde Aufgabe, aber ich bin der Meinung, dass unser Bildungssystem einfach vollkommen archaisch ist und dass die Aufgabe, Millionen von Menschen von klassischen Old Economy Skills in die digitale Ökonomie zu führen, eine der gesellschaftlichen Kernaufgaben ist und dass das hier ein sehr, sehr großer Bedarf ist. Wenn dir diese erste Punk-Show gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zu diesen Themen wissen willst, findest du die Infos auf meiner Plattform www.investinpunk.academy. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg.